Hi, willkommen bei LehrerSein. Heute geht es um das Thema Unterrichtsphasen. Viel Spaß bei diesem Video. Meiner Meinung nach kann man jede Unterrichtsstunde in verschiedene Phasen unterteilen. Diese Phasen können dann beliebig ausgeweitet bzw. verkürzt werden und die würde ich jetzt gerne vorstellen. Die erste Phase ist naheliegenderweise das Ankommen. Hierbei begrüßt man die Schüler und überprüft die Anwesenheit. Kleiner Tipp am Rande, wenn es ein Problem gibt mit der Anwesenheit, dann sollte man das Problem nicht versuchen, in dieser kurzen Phase zu klären bzw. auch in dieser Phase zu meckern. Denn wenn man meckert, dann trifft es ja die Falschen, weil die Leute, die da sind, die sind ja da und die wollen auch was lernen. Die nächste Phase ist bei mir oft die Wiederholungsphase. Die halte ich relativ kurz und ich halte mich da auch an dasselbe Schema, nämlich ich wiederhole, was gemacht wurde in der letzten Stunde und warum wurde es gemacht. Das erste, also die Frage nach dem Was ist ja naheliegend und die Frage nach dem Warum, warum mache ich die, die mache ich damit, dass was gelernt wurde in der letzten Stunde eingeordnet wird wiederum in die Unterrichtsfeierung. Nach diesen zwei kurzen Phasen kommt dann eine längere Phase, nämlich die Übungsphase. Hier ist Abwechslung ganz gut, sowohl in den verschiedenen Aufgaben, also in den Methoden, als auch in der Sozialform. Und diese Phase dient der Vertiefung des Stoffs bzw. des Fessensverständnisses bzw. der Klärung der Fragen. Die nächste größere Phase nach der Übungsphase ist die Phase Neues. Das kann was komplett Neues sein, also das heißt nächstes Thema, das kann aber auch was halbneues sein sozusagen, nämlich ein neues Halbthema, also Unterthema. Und diese Phase kann man durchaus auch frontal gestalten und frontal anfangen, indem man einen Vortrag, kurzen Vortrag hält oder kurzen Input gibt den Schülern und dabei ein Tafelbild entwirft oder auch ein Flipchart, irgendwas erklärt. Man kann aber auch eine kurze PowerPoint dazu halten. Oder wenn man das nicht frontal machen möchte, kann man das auch Schüler aktiv machen sozusagen und bei mir im naturwissenschaftlichen Unterricht eignet sich immer ein Experiment dazu oder ein Cartoon oder auch ein Märchen oder, oder, oder. Nach diesen zwei längeren Phasen kommt auch in relativ naheliegender Weise, dass, wenn die Phase Ausblick und Ende, nämlich Verabschiedung, da, wie dann alles schon sagt, verabschiedet man sich von den Schülern und fasst vorher vielleicht nochmal kurz zusammen, was haben wir heute gemacht und wünscht dann alles Gute und ja, sagt dann bis zum nächsten Mal. Und diese zwei Phasen, die jetzt hier nebeneinander stehen, nämlich das Ankommen und das Ende, die sind meiner Meinung nach auch unverhandelbar. Das sind jeweils sehr, sehr kurze Sachen, man kann die in einer halben Minute abhandeln, aber die geben dem Ganzen irgendwie einen Rahmen und dieser Spruch, dass die Lehrkraft die Stunde anfängt und auch die Stunde beendet, an dem ist tatsächlich auch wirklich was Wahres dran. Dann ohne sind die Schüler irgendwie so ein bisschen verloren in Raum und Zeit und besonders, wenn man sich nicht verabschiedet, was durchaus passieren kann, dass es ihnen nicht untergeht. Wir wissen die Schüler dann auch zum Teil nicht irgendwie, oder sind die Schüler so kurzzeitig irritiert, so, her ist jetzt das Ende und können wir jetzt eine Pause oder wie ist es jetzt eigentlich? In diesem Sinne, frohes Unterrichten, alles Gute und bis bald!